Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Leute, heute gibt es mal drei illegale Wege gereicht zu werden und zwar Leute, tut mir leid, dass das Video davor ohne Ton war jetzt ist es mit Ton, hoffentlich Leute, wir können ja jetzt nochmal nachgucken, dass ich auch wirklich rede ja, ich rede jetzt auch Leute, jetzt dürft ihr es mit Ton und zwar ist die erste Methode, dass man einen Hack-Client sich selber programmiert der dem Server im Prinzip sagt, yo, ich habe jetzt OP, ich kann jetzt alles machen, ich habe Gamer und ich habe alles, im Prinzip, dass er euch Rechte verschafft mit einer illegalen Software, die ihr selber programmiert habt das wäre der erste Weg, aber das können wirklich nur sehr wenige Leute und Google Games ist sehr gut gegen sowas geschützt, Leute und jetzt kommen wir nicht mit Edmund Evil, weil der ist Fake dafür gibt es auch schon unzählige Weise, falls ihr es noch nicht wisst, Leute gerne mal einfach Edmund Evil Fake angeben und dann das allererste Video anschauen so, der nächste Methode kennt ihr sicherlich alle und zwar ist es das Duplizieren, Leute Duplizieren ist einfach, wenn man etwas ausnutzt, einen vorhandenen Bug auf Glyphor Games der durch Plugins oder sonstige Modifikationen ausgelöst wird, Leute und man sich dadurch die Items verdoppeln kann, sage ich mal Der nächste Weg kam bis jetzt glaube ich noch so in gar keinem Video vor von mir jetzt oder von anderen YouTubern und zwar ist es das, wenn bei einem Money Drop also wenn Abgeordnete so einen Money Drop machen, dass man sich einfach mit mehreren Accounts hinstellt, Leute es sollte eigentlich nicht so sein und es darf auch eigentlich laut den Richtlinien nicht so sein dass man sich mit zwei Accounts oder drei oder vier, egal mit wie vielen Accounts man darf sich nicht mit mehreren Accounts bei einem Money Drop hinstellen, Leute es machen trotzdem sehr viele, aber das ist auch eine Möglichkeit sehr sehr schnell erreicht zu werden ich sag mal, wenn man jetzt mit zehn Accounts zerschätzt und abgegeben 10k paid ja mal easy 100k, Leute, ja ist auf jeden Fall sehr sehr nice ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen, wenn ja, könnt ihr gerne ein Like und eine Bewertung da lassen und gerne mal abonnieren, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ciao